Der Handelsstreit zwischen den USA und China geht in die nächste Runde. Und schlimmer noch, er forderte in diesen Tagen sein erstes prominentes deutsches Opfer. Daimler gab bekannt, dass man die Jahresprognose revidieren müsse, aufgrund eben der Situation zwischen China und den USA. Das EBIT wurde nach unten revidiert. Es stellt sich also die Frage, treiben es China und die USA auf die Spitze? Und vor allem, sind wir am Ende alle davon betroffen? Genau das wollen wir heute diskutieren mit Tilman Galler von JP Morgan Asset Management. Freue mich, dass Sie hier sind. Herr Galler, die Frage gebe ich direkt an Sie weiter. Treiben es China und die USA endgültig auf die Spitze mit ihrem Handelsstreit? Ja, wir haben momentan wirklich die Situation, dass da zwei Züge aufeinander zufahren. Und der erste Schritt jetzt mit den 50 Milliarden ist an sich jetzt nicht so groß, was das Wirtschaftswachstum betrifft oder was eben den Einfluss auf das Wirtschaftswachstum betrifft. Denn wir reden da gerade mal um 0,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts von den USA und 0,4 Prozent des BIPs von China. Aber die Gefahr ist eben, und da kam eben die Ankündigung jetzt auch aus den USA, dass man darüber nachdenkt, nochmal zusätzlich 200 Milliarden an Strafzöllen zu erheben. Und das kommt dann plötzlich in Dimensionen rein, wo es dann anfängt, gefährlich zu werden. Gerade dann auch für das Sentiment, was man jetzt zum Beispiel auch am Beispiel von Daimler gesehen hat, dass doch in der Industrie die Besorgnis wächst um das zukünftige Wachstum. Und man sich eben dann auch Gedanken darüber macht, soll ich jetzt noch investieren oder doch lieber erstmal abwarten. Um in Ihrem Bild zu bleiben, kann es sein, dass diese beiden Züge vielleicht im Bahnhof direkt aufeinander zufahren? Das heißt, wenn sie kollidieren, dass dann alle Züge drumherum, Sie haben auch nochmal Daimler angesprochen, vielleicht ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen werden. Oder ganz konkret, besteht zu befürchten, dass die Weltkonjunktur in den nächsten Monaten aufgrund der Situation abkühlt? Wir haben es natürlich mit der Situation zu tun, dass die zwei größten Volkswirtschaften der Welt jetzt im Klinsch, im handelspolitischen Klinsch liegen. Und von der Seite her sind natürlich dann auch die ganzen anderen Nationen, die auch Handel betreiben, davon betroffen. Und von der Seite her, und das sieht man auch teilweise jetzt auch bei den Frühindikatoren, dass wir da eine gewisse Sentimenseintrübung schon sehen. So kann durchaus passieren, dass dieser, ein eskalierender Konflikt zwischen USA und China eben entsprechend auch die Stimmung in den anderen Ländern eintrübt. Und da entsprechend dann auch ökonomische Kollateralschäden entstehen. Wenn wir noch ein wenig auf die Konjunktur schauen. Wir haben letzte Woche gesehen, die beiden großen Notenbanken haben getagt mit teilweise sehr unterschiedlichen Ausrichtungen nach wie vor. Welche Rolle spielen denn die Politiken der beiden Notenbanken aktuell für die Weltkonjunktur? Es ist meines Erachtens weiterhin der entscheidende Faktor eben auch für den Konjunkturzyklus und für die Konjunktur. Wie agieren die Notenbanken? Wie restriktiv sind die Notenbanken? Und da haben wir eigentlich eine Bestätigung erfahren von unseren Erwartungen, die wir schon seit Anfang des Jahres haben. Dass die US-Notenbank durchaus etwas restriktiver zu Werke geht, eben kontinuierlich diszipliniert an ihrem Zinserhöhungskurs festhält. Während auf der anderen Seite die EZB jetzt zwar angekündigt hat, dass sie das Kaufprogramm zum Jahresende beendet. Aber schon mal angedeutet hat, dass auf der Zinsfront erstmal bis Mitte des nächsten Jahres nichts passieren wird. Also so haben wir, wenn wir die globale Sicht nehmen, weiterhin noch für 2018 zumindest ein relativ moderates monetäres Umfeld. Dann bleiben wir doch direkt bei dieser globalen Sicht und schauen ein wenig auf einige Schwellenländer. Natürlich hat die Fettpolitik auch unmittelbare Auswirkungen auf viele Schwellenländer. Wie würden Sie da derzeit die Situation bewerten? Ich glaube, ganz wichtig ist, wenn man die Schwellenländer betrachtet, dass man das nicht alles in einen Topf wirft. Weil die Problematik der höheren US-Zinsen und des wiedererstarkten US-Dollars betrifft eben nicht alle Schwellenländer. Es betrifft nämlich die Schwellenländer, die sich in den letzten Jahren sehr stark in US-Dollar verschuldet haben, die auf der anderen Seite noch ein relativ ausgeprägtes Leistungsbilanzdefizit haben. Und wenn man mal diese Komponenten zusammenzählt, dann grenzt sich doch der Kreis, der betroffen ist, doch etwas ein. Und dann sind es eben Länder wie Argentinien und Türkei, teilweise eben auch Indonesien, die in einem eher unkomfortablen Platz sich befinden. Und man kann es entsprechend auch an den Reaktionen am Devisenmarkt sehen, dass sich die Märkte da entsprechend Sorgen machen. Man hat dann auch zum Beispiel Brasilien. Aber das ist jetzt ein Land, was nicht diese Ursachen hat für die Krise. In Brasilien ist die Krise hausgemacht durch eben die Rücknahme von Reformen, durch wieder eine Preisdeckelung beim Sprit, den man eingeführt hat. Das sind Dinge, die auch zu einer gewissen Verstimmung an den Märkten geführt hat. Und auf der anderen Seite haben wir Länder weiterhin, wie China oder Malaysia oder Taiwan oder Südkorea, die keinerlei dieser Probleme haben, die im Gegensatz sogar teilweise sogar enorme US-Dollar-Reserven haben. Also von der Seite her Emerging Markets differenziert betrachten. Einige betrifft es negativ, aber bei den anderen gibt es immer noch genügend Chancen. Dann schauen wir abschließend noch ganz kurz auf die von Ihnen angesprochene Währungsseite. Das Devisenpaar Euro, US-Dollar, bereits seit Jahresbeginn immer wieder im Fokus. Aktuell sind wir so bei 1,15, kommen allerdings von ganz anderen Niveaus. Ist vielleicht 1,15 so ein Niveau, wo Sie sagen würden, okay, das kann durchaus den Sommer über so weitergehen? Also anfänglich des Jahres ging man davon aus, dass der US-Dollar zum Euro ein gewisses volatiles Seitwärtsjahr bekommt. Und da liegt er immer noch relativ gut im Trend. Es ging jetzt erst noch mal mit dem Dollar bergab. Seit Ende April geht es wieder in die andere Richtung. Für uns ist immer noch der mittelfristige Ausblick dahingehend, dass für uns der Dollar eher zur Schwäche neigen sollte, weil wir eben den Fall sehen, dass durch das steigende Zwillingsbilanzdefizit in den USA, das heißt steigende Leistungsbilanzdefizit, steigendes Fiskaldefizit, das ein Umfeld ist, was in den vergangenen Zyklen immer relativ negativ für den US-Dollar war. Wir haben jetzt natürlich gegenüber dem Euro, haben wir noch das politische Risiko, was mit Vehemenz wieder auf das Tableau zurückgekehrt ist. Und das belastet sicherlich auch den Euro noch kurzfristig. Aber sollte es da keine größeren Schäden geben, rechnen wir damit, dass zumindest mittelfristig der US-Dollar eher schwächer wird. Aber für dieses Jahr rechnen wir eher mit einer volatilen Seitwärtsbewegung. Der Blick auf die Kapitalmärkte mit Tilman Galler von JP Morgan Asset Management. Ihnen vielen, vielen Dank für die Einschätzung. Vielen Dank. Vielen Dank.